Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Grounded. Wir haben in der letzten Folge die Basis hier schon mal ein bisschen weiter ausgebaut und haben jetzt hier schon mal die Grundfläche, wo wir, ja, quasi später einrichten wollen. Und ich würde sagen, da bauen wir auch weiter, aber später erst, denn wir haben ja in der letzten Folge auch ein paar Vorbereitungen getroffen. Wir haben ja ein paar von den Baumwanzen gekillt, weil wir ja einen Marienkäfer killen wollen. Und das würde ich auch gleich versuchen. Ich würde tatsächlich gleich versuchen, ja, vielleicht, ja gut, die Rüstung brauche ich gar nicht reparieren. Wenn er uns zweimal trifft, sind wir sowieso hinüber. Aber ich würde versuchen, einen Marienkäfer zu killen, dass wir da auch bald an die Rüstung kommen. Ich nehme deswegen direkt mal hier die Pfeile mit raus. Eigentlich kann ich das hier mal hier reinschmeißen, genauso wie das und das und das. Und dann ist die Kiste auch schon wieder voll. Weißt du was, wir machen mal gerade, bevor wir losziehen, noch schnell folgendes. Wir bauen nochmal eine ganz kurze Kiste. Die muss ja hier irgendwo sein, da ist sie auch schon. Und dann ist sie drehen. So, die würde ich jetzt einfach mal hier hinsetzen, aber nochmal ein bisschen rumdrehen. So, genau. Bauen wir die einfach hier hin. Und dann bauen wir vier hier von. Aber warte mal, habe ich die hier reingeschmissen? Da wollte ich die gar nicht reinschmeißen, aber gut, da liegt sowieso schon ein bisschen was drin. Und darüber hinaus brauchen wir nochmal vier Saft. Wir brauchen schon wieder Saft. Wir haben aber wieder, ja, wir haben gar nichts übrig. Das ist blöd. Kann ich eigentlich hier mitmachen. Damit kann ich nicht zufällig Säurepfeile oder sowas machen. War richtig cool, aber nee, das scheint nicht zu gehen. Schade. Na gut, hier ist auch wieder was fertig. Ja gut, das sind jetzt zwei von fünf. Lassen wir mal drin, die Pilze wachsen fleißig vor sich hin. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Saft. Genau, da vorne ist was, hier ist noch was. Nehmen wir gerade mit und dann können wir die Kiste machen. Und dann machen wir uns auf den Weg und suchen uns einen Marinenkäfer. Am besten hier im Umkreis, falls wir drauf gehen, dass wir da, sehr schön, dass wir da halt auch eben in der Nähe respawnen. Ich würde vielleicht nochmal schnell speichern. Und dann habe ich die Pfeile am Start. Sehr gut, dann können wir uns gleich auf den Weg machen, wie gesagt. Munition ist L. Okay. Ja, ich speichere mal ganz kurz einen Moment. So, G-Speicher. Das war für euch wahrscheinlich jetzt ohne Übergang. Und wir gucken mal. Ein Marinenkäfer. Ja, dann müssen wir auch bald schauen, dass wir nochmal zu den Bären gehen. Weil dann ist das das Letzte, was uns fehlt. Ja, guck mal, was zu trinken. Bietet sich an. Brauchen wir sowieso gerade. Habe ich gar nicht gesehen. Hier ist irgendwie ein Labor. Hä? Hier sind aber ganz schön viele. Aber kein Marinenkäfer. Warum ist denn hier kein Marinenkäfer? Warum? Ich hoffe, die wachsen auch nach, diese Pilze. Ich habe jetzt ein Gefällt, aber eigentlich muss es ja nachwachsen. Das tut ja alles. Es ist nur die Frage, wann. Ich gucke mal gerade, ob ich noch was auf dem Grill drauf habe. Und kill auch mal den hier. Genau. Eins nehmen, das andere drauf. Und schon sind wir bei voller Stärke. Ja, Marinenkäfer, wo seid ihr denn? Wo seid ihr? Da, ich hör'n. Okay, das ist blöd. Oh, und ich krieg jetzt auch was ab. Das macht aber kaum noch Schaden. Was ist denn das? Ja, dann kann ich auch die normale Munition nehmen. Das ist ja voll enttäuschend, gerade. Das ist ja sehr enttäuschend, aber jetzt muss man mal gucken. Ja, der findet natürlich den Weg. Oh, scheiße. Nehmen wir gerade kurz eine Bandage. Habe ich die jetzt genommen? Ich habe die genommen. Sehr schön. Das war's. War ja halb so wild. Das war ja halb so wild. Ja, aber nee, das ist ja maximal enttäuschend. Die waren früher voll Overkill, die Stinkepfeile. Was ist denn damit los? Also, das kann ich mir ja schon mal gänzlich abschminken. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir damit so einen kleinen Durchbruch jetzt haben. Und das alles ein bisschen leichter wird, wie es damals war. Aber jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Jetzt weiß ich nicht. Aber egal, wir haben jetzt vier Marienkäferteile bekommen. Das ist viel wert. Ich nehme die Sache mal gerade mit. Wir legen einfach hier rum. So. Ja, blöd. Ganz schön blöd. Wie ist das? Ja, schön. Ja, kann man nichts machen. Müssen wir jetzt mit leben. Aber schön ist das nicht. Ach so, die habe ich gemacht. Ja, dann gucken wir mal. Was sagt denn hier die Planung? Wir haben elf. Ja, wir brauchen neun. Perfekt. Dann brauchen wir nur noch Bärenleder. Dann würde ich sagen, holen wir das auch gleich. Lassen wir uns da nicht groß aufhalten. Gehen wir direkt rüber. Und, äh, ja, noch ein bisschen Bärenleder. Und dann können wir die Rüstung endlich bauen. Aber ich bin da, ja, weniger optimistisch. Wenn jetzt schon die ganzen anderen Sachen, die damals Overkill waren, so richtig abgenommen haben. Dann wird die Hamesenrüstung wahrscheinlich auch nicht so Overkill sein. Aber müssen wir mal gucken. Ein Schritt nach dem anderen. Und dann finden wir auch noch Alternativen. Naja, ich laufe mal schnell da rüber. Ich hänge die mal gerade ab und sehen wir uns drüben beim, äh, beim Sumpf. So, da sind wir. Gut, dann sind hoffentlich wieder welche da. Dass wir dann da auch, äh, was zum Abschießen haben und zum Abbauen. Und hoffentlich sind da keine Spinnen da oben. Aber guck mal, da oben sind doch schon direkt ein paar da. Dann holen wir so viel mit, wie wir kriegen. Pfeile haben wir am Start. Ähm, bevor wir das nächste Mal wieder hier hin müssen. Zu dem wir die ja auch brauchen zum Reparieren. Und deswegen, äh, lass das machen. Mir ist auch eingefallen, ich habe ja irgendwann eine Feder abgebaut. Aber, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die hingetan habe. Die müssen wir vielleicht auch mal untersuchen. Na, schade. Na, komm schon. Das entspricht, glaube ich, einem Leder. Ah, das sah eigentlich ganz gut aus. Und da unten liegt es. Ich finde das immer blöd, wenn das so abhaut. Bleib hier. Sonst haben wir nur da hinten was. Das landet aber oben drauf. Das wäre blöd. Das ist auch schon mal gut zu wissen, dass da oben auch die, äh, die, die, die Stechmücken sind. Die sind ja alles andere als toll. Und da hinten drin ist tatsächlich auch noch was. Aber da sind ja ganz viele Spinnen am Start. Kann mich was passieren, wenn ich das auf den Kopf kriege. Oh, ich habe wohl einen Dickschädel. Ich habe wohl einen Dickschädel. Oh, geil, vier. Ey, da kamen diesmal vier raus. Vielleicht kommt hier auch wieder vier raus, wenn ich da, lass mir im Kopf, zerstoße. Ähm, okay. Wie sagt man, wenn es dreimal passiert, ist es kein Zufall? Oh, nein. Nein. Jetzt können wir es nicht wieder aufklären. Ich gehe es immer wieder. Da spielen wir mich doch aufs Korn nehmen hier. Da spielen wir mich doch aufs Korn nehmen. Da sind ganz viele Spinnenweben. Ja, sehr nice. Jetzt haben wir eine ganze Menge am Start. Achso, ich dachte gerade, das wäre ein anderer Vogel. Der hat doch einen Vogel. Äh, das kriege ich doch auch, oder? Nee, das ist leider genau oben drüber. Und die zwei, die waren auf dem... Felsen drauf, ne? Nee, die sind sogar hier. Hä, sind die gerade wie spawned? Waren das nicht die ersten? Nee, die sind zu hoch wie die ersten. Ja, gut, dann bin ich... Ah, doch, es waren vier. Okay, diesmal sind es wieder drei. Alter, das wäre mir jetzt wirklich sehr, sehr komisch vorgekommen, wenn das jetzt durchgehend passiert wäre. Aber gut. Nö, das war's. Okay, ich bin weg. Ich bin weg. Ich will nur gucken, ob ich treffen kann. Oh, shit. Oh, shit. Oh, ich... Ah. Was ist los? Was ist los? Gut. Das funktioniert. Die kommt wirklich bis unten hin. Bisschen wir Bescheid. Wenn wir da mal kämpfen müssen, dann... Können wir die da ein bisschen ärgern, dann kommt die schon. Vor allem frage ich mich, was wird denn eigentlich das nächste große Ding sein, was wir bekämpfen? Also, wir haben ja jetzt gerade so die Baumwanzen geschafft. Die Marienkäfer sind jetzt am Start. Das kriegen wir hin. Das ist relativ okay machbar jetzt, weil wir halt recht flink sind durch die Ameisenrüstung. Und halt eben durch Fall und Bogen. Aber was ist denn das nächste dann? Was war das nächste? Ich weiß auf jeden Fall, dass wir die Keule machen sollten. Die ist sowieso auch gut für den Kampf. Die ist ja gut für alles eigentlich. Sehr gut. Die war mal gut für alles. Sagen wir es mal so. Aber sonst... Was kommt auf uns zu? Also, die Wolfspinne ist ja noch ein Stück entfernt, würde ich sagen. Dann wäre vielleicht der Bombardierkäfer am Start? Das könnte ich mir so vorstellen als nächstes. Wir können ja auch mal gucken, wie viel Schaden wir dem machen mit Pfeil und Bogen. Vielleicht... Also, wahrscheinlich ist es aber auch... Läuft es aber auch darauf hinaus, dass wir Pfeil und Bogen nutzen bei dem. Statt die Keule. Ja gut, der ist auch kein aktiver Angreifer, ne? Hey, wo gehst du hin? Hier ist dein Kampf. Feigling. Was war das? Oh! Das war knapp. Oh shit. Ja, das war gut. Das war gut, dass wir da zurück sind. Sehr, sehr gut. Ach, geh weg. So funktioniert es irgendwie. Schieß an, geh. Soviel dazu. Bombardierkäfer wäre erledigt. Kochdrüse haben wir bekommen. Äh, ja. Ich wollte eigentlich nur gucken, wie viel Schaden ich dem mache. Jetzt haben wir direkt einen gekillt. Okay, kein Schaden. Nice. Äh, ja. Das war ja dann doch nochmal sehr, wie soll ich sagen? Lohnenswert. Neue Erkenntnis. Bogen ist nach wie vor geil, finde ich. Wir brauchen auf jeden Fall was, um den zu reparieren. Wir brauchen auch bald, das sehe ich schon, brauchen wir auf jeden Fall, ähm... Wie heißt es? Brauchen wir bald auf jeden Fall auch die, die, äh... Hier, die... Wie heißen sie? Die Wanzen hier. Nicht die Wanzen. Milben. Jetzt habe ich es. Die Milben brauchen wir ja bald, um diese Reparatur-Kits herzustellen. Und, äh, die brauchen wir, glaube ich, für die, äh... Machenkäferrüstung war es. Genau, für die war es. Meine ich zumindest, wenn sich das nicht geändert hat. Oh, hi. Aber jetzt gerade brauchen wir sie ja nicht. Es ist irgendwie ganz cool. Hat auch was von der Bohrinsel, fast schon. Nur mit zwei aufstiegen. 25 Minuten. So, so. Gut, dann mache ich direkt hier... Auf jeden Fall Bärenleder, genau. Das war es auch schon wieder. Tue ich einfach mal hier rein. Dann... Achso, hier, guck mal, das ist aber neu. Den müssen wir gleich mal analysieren. Analysieren. Ich weiß nicht, was das da drin macht. Nicht analysiert. Achso, brauche ich gar nicht, okay. Moment, nehme ich mit. Steinchen kommen hier rein. So, was haben wir denn... Warte mal, wir haben doch schon was gemacht gehabt, ne? Genau, wir haben schon die Maske gemacht. Und dann können wir jetzt das Oberteil machen. Nicht auf W drücken, das wäre verkehrt. Und dann brauchen wir noch ein Blütenblatt. Dann haben wir die Rüstung, glaube ich, vollständig. Nice. Da freue ich mich drauf. Die Armeise hängt halt immer noch da unten. Warum eigentlich? Bald, bald wird es düster. Vielleicht gehen wir nochmal schnell runter. Und Blatt besorgen. Dürft ja nicht so wild sein. Oh, shit. Schieb. Da ist er. Nein. Da komme ich... Ach doch. Sehr schön. Gefangen. Mist. Wenn die wüsste, was hier blüht. Boing, boing, boing. Dankeschön. Oh, drei Fliegenpelz. Nice. Damit können wir eine komplett neue Gasmaske theoretisch bauen. So, jetzt gucken wir mal gerade. Ich glaube, dass die Kochdrüse extrem wichtig war. Ich dachte nämlich, das wären die von den Larven gewesen. Aber das war ja nicht das. Und? Ne, es ist einfach nur Wanddeko. Enttäuschung. Hä? Was haben wir denn da nochmal... Oder waren es einfach die Bombardierkäferteile, woraus wir neue Sachen gemacht haben? Ja, wahrscheinlich diese Sachen, die wir jetzt haben. Wahrscheinlich. Was sagt die Ingame-Zeit? Wir haben 19.41 Uhr. Eine Stunde müssen wir auf jeden Fall noch warten. Da würde ich, glaube ich, gerade wirklich nochmal runterlaufen. Das ist ja schnell gemacht. Sehr nice. Ja. Schade. Können wir nicht nutzen. Pfeile. Würde ich gerne machen. Jo, passt. Dann noch was trinken und dann mache ich mich wirklich mal gerade auf den Weg. Ich baue mir dann auch gerade die Fackel bis da runter. So, ja, ich mache mich mal schnell auf den Weg. Wir müssen ja eh noch kurz warten. Und dann hole ich mal gerade unten die Blütenblätter, die Blütenblätter und dann... Ja. Und dann ziehen wir uns, äh... Ja, entweder unten oder bei der Base zurück. Machen wir so. Schaut euch das mal an. Wie die alle da beim Licht rumfliegen. Nee, nee, nee. Aber so können wir vielleicht ein paar Fliegen gerade nochmal mitnehmen. Und da oben drauf ist noch was zum Sammeln. Und die Spinnen sind... Aber wieso schlafen die? Sind die Spinnen nicht eigentlich nachtaktiv? Oder sind das nicht alle? Nice. So, Fackel raus, sonst sehe ich nichts. Da, wo die Pfeile sind, siehst du mal. Nice. Hier lohnt es sich auf jeden Fall. Da will ich am liebsten oben sein jetzt. Da ist noch einer. Die bleibt jetzt gleich stehen. Da ist sie. Nee, die bleibt nicht wirklich stehen. So. Nochmal drei. Wo ist die dritte? Hier. Die ist schon wieder hier reingefallen. So, nice. Jetzt haben wir sechs Fliegen gekillt. Ich gehe mal wieder zurück. Auch wenn... Was? Okay. Krass. Rost. Alles klar. Auch wenn ich hier jetzt ungern vorbeigehe. Wegen der Wolfspinne. Ich habe aber gerade auch nochmal ein bisschen Saft mitgenommen. Und ja, wir gehen zurück zur Base. Und dann sehen wir uns zurück im hoffentlich warmen Plätzchen in der Base. Was wir vielleicht gerade noch schnell machen, ist hier die Pilze wenden. Also die großen vielleicht. Mach ich mal gerade. Komm. Nice. Die müssen ja irgendwann nachwachsen. Gut. Nee, dann sehen wir uns an der Base. Bis gleich. So. Zurück in der Base. Ich habe ein bisschen was mitgebracht. Ja, tue ich mal gerade einfach hier überall rein. Achso, ist voll. Also ein bisschen verrottet. Das ist ja auch gar nicht so verkehrt. Und das schmeiße ich mal gerade hier mit rein. Die Stinkepfeile, die tue ich jetzt einfach hier dazu. So. Achso, das kann ich gar nicht mehr stacken. Alles klar. Ja, das ist sehr nice gewesen. Jetzt können wir auch die Rüstung bauen. Also fertig bauen. Und das tun wir auch gleich mal. Ja, fehlen nur noch die Beinschoner. Oder Schützer. Schienen. Panzer. Bauen. Herstellen. Wir haben die Rüstung fertig. Nice. Äh, so. Das ist dann jetzt unsere Baurüstung. Nice. Exoskelett. Errungenschaft freigeschaltet. Glocke mehr. Ja gut, deutlich erhöhte Ausdauer. Rote Umarmung, gelegentliche Heilung. Ist natürlich auch ganz praktisch. Sollte ich aber glaube ich nicht überschätzen. Oh, das ist da hin. Perfekt. Ja, jetzt gehen wir erstmal schlafen, bevor es zu spät wird. 21 Uhr 45 haben wir schon. Guck mal, 8 Uhr morgen. Ja, gut. Ne, wir haben die Rüstung geschafft. Damit haben wir einen großen weiteren Schritt geschafft. Und da müssen wir jetzt mal gucken. Ähm, was hat eigentlich noch gefehlt hier für die Ziegel? So, machen wir einfach mal direkt 10. Und, ähm, dann. Ne. Ich bin gerade am überlegen, wo, 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 wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ähm, ich hole mal auf jeden Fall gerade mal was zu trinken. Nochmal, äh, ein bisschen Dus löschen. Bleib stehen. Ich hoffe ja nicht, dass mich das irgendwann mal in die Spinnen führt, wenn ich dem hinterherrenne, dem Wasser. Ach, komm, ich raus mir rein hier. Hoppala. Ich würde, glaube ich, hier auch nochmal Licht dahin machen. Was ich mir auch später vorstellen könnte, wäre tatsächlich, äh, hier nochmal Zäune hinzumachen. Und mir kommt gerade schon wieder eine neue Idee, was man machen könnte, theoretisch. Man könnte es vielleicht doch verbinden hier unten. Allerdings eventuell sogar mit so einem Boden. Jetzt mal, einfach mal gucken. Standort belegt, natürlich. Hä? Verstehe ich nicht. Aber vielleicht dann hier so eine Treppe runter bauen. Wo hat das hingesetzt? Ah, Gott sei Dank. Ja, war nur Überlegung, aber das Spiel will wohl nicht so ganz. Warum? Hiermit geht's doch. Hä, wie? Hä, was ist das denn? Hä, das ist ja cool. N für schnell einlagern. Was zur Hölle? Hä, das ist ja genial. N für schnell einlagern. Ich bin da gerade zufällig drauf gekommen, weil ich B drücken wollte für das Baumenü. Ich glaube, weil die Wand irgendwie außen ist und die anderen sind innen. Nee, das kann auch nicht sein. Ja, aber war gerade so eine Überlegung, das vielleicht so zu machen hier, ne? Dann könnte man hier auch so einen Balkon, ach, nicht so einen Balkon, sondern so eine Terrasse bauen oder so. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Was ich aber ganz gerne machen wollen würde, wäre tatsächlich nochmal ein Licht hier draußen. Oder vielleicht einfach die hier. Das kann man ja auch machen. Acht Sprösslinge, äh, zwölf... Äh... Hier vorne, genau. Da kamen nur drei raus? Hä? Dann besorgen wir das mal schnell. Klopp. Hier ist noch ein Sprössling, da ist noch ein Sprössling. Ach, da wohnen die Spinnen, siehst du mal. Bei einem Pilzwein. Wir brauchen noch zwei von denen. Dann haben wir das da oben, ist dieser Hotdog, den könnte ich vielleicht auch mal zerlegen. Ich würde, glaube ich, auch ganz gerne die Smoothie... Die Schmuvie-Stechen machen. Hä? Ach, das ist das Essen. Bulli-Doc-Riegel. Nehme ich einfach mal mit. Können wir mal gerade analysieren. Äh, okay, krass. Dann kommen wir das Ding auch schon zu erlegen. Das sah voll aus wie ein Hülleneingang gerade. Hier sind noch überall Sprösslinge. Da sind noch ein paar. Eins, zwei, drei. Und der letzte. So, dann können wir die Lichter machen. Da fehlt jetzt noch ein bisschen Saft. Das kriegen wir aber auch zusammen. Das sieht jetzt da auch schon mal wesentlich freundlicher aus, wenn wir nachts nach Hause kommen. Kann man die eigentlich auch umhängen spüren? Ja, das steht zumindest mal umstellen. Was tust du da? Das hört sich komisch an. Hast du mir hier etwa geklaut? Na gut, lassen wir mal durchgehen. Ist ja unser Haus hier gerade irgendwo. Ja, würde ich mal alles scannen. Das können wir nicht analysieren. Okay. Geht als Dünger. Achso, wir brauchen noch vier Saft, ne? War's. Genau. Für Saft und noch ein paar Seile. Geht genau auf. Zack. Achso, ja jetzt. Warte mal was. Achso, optionaler Dünger. Das kann ich alles Salzdünger nehmen, okay. Finde ich auf jeden Fall cool, dass das ein bisschen ausgebaut worden ist und nicht einfach nur einmal pflanzen und dann warten. 43 Minuten ist jetzt nicht so viel, aber ich denke mal, wir können das auch voll machen. Jetzt gehen wir das mal gerade analysieren und dann sehen wir, was wir damit Schönes tun können. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir als nächstes weitermachen, was als nächstes kommt. Wir haben jetzt auf jeden Fall was ganz Gutes geschafft. Ich würde mal gerade vielleicht noch schauen, ob wir irgendwie den anderen Hammer kriegen können. Analisieren. Genau. Männchenfutter. Verdammter Fleischbrei. Das ist, glaube ich, nichts, was ich haben wollen würde. Aber wäre cool, wenn man den machen könnte, um Fliegen anzulocken oder sowas. Hallo. Und langsam muss die Axt auch hier mal repariert werden. Das ist schon krass. So, geht das hier auf? Das war doch drauf, Hermann, oder so, ne? Nice. Hallo, ich muss mal gerade da rein. Ne, brauchen auf jeden Fall was Besseres. Was Besseres. Äh, wie sieht's denn hier aus? Warte mal, können wir da irgendwas vielleicht in Aussicht stellen? Der Insektenhammer, der braucht vier Bärenleer. Können wir theoretisch sogar machen. Dann, äh, können wir das auch machen. Wahrscheinlich brauchen wir jetzt wieder Bärenleder, man kennt's. Oh, dann könnte man das... Wieso sieht das denn, äh... Das wollte ich eigentlich nicht. Das sieht nicht gesund aus. Ich tue das mal hier mit rein. So, äh, achso. Ne, passt. Insektenhammer, Insektenhammer, Insektenhammer. Können wir machen? Würde ich machen. Herstellen. Und dann können wir den anderen austauschen. Äh, Inventar. Na gut, dann würde ich sagen, haben wir den Insektenhammer. Schon wieder eine kleine, ja, weitere... Ein kleiner, weiterer Meilenstein. Hier wachsen die Pilze ran. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt, nachdem wir da gedüngert haben. Und hier oben müssen wir demnächst auch mal wieder weiterbauen. Ähm. Ja, und ansonsten probieren wir beim nächsten Mal den Pilzhammer da hinten, äh, mal aus. Bei den Kapseln. Und da bedanke ich mich jetzt an der Stelle erstmal ganz herzlich fürs Einschalten. Und hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn's euch gefallen hat, dann seid doch so lieb. Lassen wir noch oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt und das noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Ich mach hier noch ein bisschen pilzfrei. Und, ähm... Fahre doch mal pilzfrei. Pilzfrei. Würde ich mal einen machen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.